Dirty Minutes Left Herzlich Willkommen zu Dirty Minutes Left Folge Nummer 138 Lieber Arne Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer Wir trinken heute, ich versuche das mal korrekt auszusprechen Energiedrinke Avec Taurin Das ist ein französischer Energy Drink Mit 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein Und jetzt weiß ich glaube ich Ah ja, das ist die Eigenmarke von dem Supermarkt Bei dem ich immer einkaufe Der hier bei mir um die Ecke ist Casino heißt der Supermarkt Das steht sogar drauf Ich verstehe ja überhaupt kein Französisch Ein bisschen, aber da können wir gleich nochmal drüber reden Erstmal wollte ich dich fragen, wie es dir geht Und was du da an deinem Gesicht machst Ich wollte erstmal noch ein bisschen Also der Energy Drink schmeckt ganz gut Wollte ich eigentlich gesagt haben Es ist halt ein Energy Drink Nix spektakuläres Ja, deswegen bin ich da wahrscheinlich so drüber gesprungen Weil nichts Besonderes ist Ich habe heute Morgen noch keinen Kaffee getrunken Deswegen finde ich ihn gerade sehr lecker Du wolltest wissen, was ich mit meinem Gesicht anstelle Du, mir ist aufgefallen, da kommen so Haare raus Und ich dachte, ich lasse jetzt einfach mal da Okay Und deswegen habe ich ein Projekt gestartet Ab dem 4. November Also seit dem 4. November Lasse ich mir ein Bart stehen Das ist aber unabhängig von dieser Movember-Geschichte Das war der Grund, warum ich diesen Monat gewählt habe Und der 4. November ist der Grund, warum ich jetzt erst anfange Und nicht schon am 1. Weil Angela am 3. Geburtstag hatte Und da wolltest du keinen Bart haben Die mag mich nicht mit Bart Das ist also quasi eine Aktion, die ihr nicht so richtig gut gefällt gerade Okay Aber ich habe ja die große Hoffnung, dass es irgendwann wieder weich wird Das wird es meist, ja Du hast ja tatsächlich ein bisschen Bartwuchs Viele, das sieht man jetzt bei den Bildern noch nicht Du bist jetzt bei Tag 4 oder 5, ne? Heute ist es glaube ich 5 Aber da habe ich noch kein Bild von gemacht Das muss ich noch machen Auf jeden Fall, es gibt ja einige Bei denen wächst es immer nur so ein bisschen hier und ein bisschen da Und so an Inseln quasi Genau, und ich habe eben so ein richtig Also wenn ich mir ein Bart stehen lasse Dann habe ich eben auch ein Vollgesicht Bart Und das dachte ich, probiere ich einfach mal aus Weil ich kann es ja Ja, ich habe das ja auch Also ich trage ja schon seit Tragen Bart tragen ist das falsche Wort vielleicht Aber ich habe mich glaube ich schon seit Bestimmt 5 Jahren nicht mehr glatt rasiert Sondern immer so ein 3-Tage-Bart Mit so einem langen Haarschneider quasi auf einen Millimeter Oder zwei runtergekürzt alle paar Tage Also es ist nicht wirklich ein 3-Tage-Bart Aber eigentlich schon Ja Und ich überlege tatsächlich Ob ich mich mal glatt rasiere am Mittwoch Warum am Mittwoch? Weil ich am Mittwoch in einen Film gehe Den mir angucke Der hier dann anläuft Der neue James Bond Und ich werde da im Smoking hingehen Ah Und ich habe gedacht Im Smoking wird glatt rasiert Sieht vielleicht besser aus Als so mit 3-Tage-Bart Na aber der Typ Also der Daniel Craig Bond Der ist ja auch eher nicht so glatt rasiert Ähm Ja, aber wenn er Smoking an hat Schon meist Ja doch, das stimmt Das stimmt Wenn er ein Smoking trägt Ja, der läuft hier in Deutschland schon eine Woche Die Kritiken sind eher durchwachsen Ich habe ihn noch nicht im Kino gesehen Ich rechne auch tatsächlich nicht damit Dass ich das noch tun werde Weil eben die Kritiken so mittelmäßig sind Also ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken Ich habe mich ja schon das ganze Jahr darauf vorbereitet Indem ich die alten Filme gesehen habe Und Ja Also ich gucke die auf jeden Fall Ähm Ich habe das Ticket schon Schon relativ lange Also ich habe das Weiß nicht Auf der Während der Weltreise Also sobald der Eierzer verkauft Hier losgeht Da habe ich gleich Ähm Ein Ticket gekauft Mhm Und in Hier läuft das so Du kaufst ja ein Ticket Und du hast freie Platzwahl im Kino Ah Das ist Hat Vorteile Hat aber auch Nachteile Ja Hat Vorteile Wenn man zum Beispiel So wie ich gestern Spontan ins Kino geht Hat Nachteile Wenn man Äh Lange im Voraus bucht Und man muss dann trotzdem früh da sein Um einen guten Platz zu bekommen Was hast du denn gestern gesehen? Oh Wie Das muss ich nochmal ganz kurz nachgucken Wie der Film tatsächlich hieß Ähm Der hatte so einen sehr seltsamen Namen Der Film hieß Äh Seul sur Mars Seul sur Mars Ui Ähm Der Marsianer Der Marsianer Ja Ah Ich verstehe Äh Wie hat er dir gefallen? Ähm Und jetzt sag nicht französisch Nein Der war Ähm Der war sehr gut Ähm Also Ja Schöne 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 Bilder Und Ähm Die Geschichte fand ich auch ganz gut Hat mich natürlich sehr Hat mich sehr an diesen Ähm Lonely Astronaut erinnert Den es mal Keine Ahnung In den 90ern So als Webvideo gab Ja da erzählst du von Haben wir schon mal drüber geredet Ähm Ähm Ne Hat mir aber Hat mir aber eigentlich sehr sehr gut gefallen Und ähm Tatsächlich hatte ich zeit Hatte ich zeitweise schon mal Bock Da selber so alleine auf dem Mars zu sein Um mir Lösungen auszudenken So ein bisschen So ein bisschen wieder richtig Ähm Engineering machen Und nicht sowas was ich jetzt Ähm Mach Immer nur am Computer sitzen Und E-Mails beantworten als Job Ja Ähm Also das richtig mal Technische Herausforderungen haben Und mit dem Minimalsten Irgendwelche Lösungen Für irgendwelche Großen Probleme finden Mhm Und äh Ich hab ja auch Ähm Luft- und Raumfahrttechnik studiert Und ähm Mich da halt so mit Mit Flugbahnen und sowas Äh beschäftigt Und ähm Das fand ich alles sehr sehr interessant Ja vor allen Dingen Weil der wissenschaftliche Auch einigermaßen akkurat ist Der Film Also das Buch auch Aber der Film eben auch Ja Du hast den auch gesehen Oder? Ich hab den auch gesehen Ich fand den auch relativ gut So als äh Film taugt er halt schon was Das Buch hat natürlich Deutlich mehr witzige Dinge Also zum Beispiel Gibt's halt im Buch Äh Gibt's einfach zwei Rover Und im Film ist es nur einer Und deswegen hat zum Beispiel Dass er im Film Da eben ein Loch rein sägt Um da einen Ballon draus zu machen Hat nicht so richtig viel Sinn Und das ist im Buch eben anders Und da gibt's halt viele Punkte Die im Buch Deutlich mehr Sinn ergeben Zumal im Buch natürlich auch Viel viel mehr Zeit für Erklärungen ist Ja Und Also das Ich höre das Buch gerade tatsächlich Zum zweiten Mal Weil ich es so gut finde Und Ich kann es auch Notwärmstens empfehlen Du hörst das Buch Ja Ja Hier in Frankreich Ist es Also die meisten Filme Die werden natürlich Synchronisiert hier gezeigt Mhm Und wenn man mal was Im Original Also mit englischem Ton Findet Dann ist es meist Trotzdem die Also ist es erstmal immer Mit Untertitel Mit französischem Untertitel Mhm Und es ist meist Tatsächlich der Die französische Version Des Des Bildes Mit einem englischen Ton Oder mit dem Originalton Das hat mir gestern So ein paar Probleme bereitet Und zwar in dem Film Gibt es eine Szene Die in China spielt Ja Wo sie chinesisch reden Und dann mit französischem Untertitel Konnte ich von dieser Szene Nicht wirklich viel verstehen Na gut Aber so viel wurde da ja auch nicht gesagt Und du hast ja sicher verstanden Was da die Story war Jaja Genau Also Aber das hat mich Ist mir alt aufgefallen Und natürlich das so Der Direktor von der NASA Da steht doch nicht Keine Ahnung Director of NASA Oder NASA Da stand dann Direkteur de la NASA Also Alles tatsächlich Alle Alle Sachen Die halt in dem Film Schriftlich eingeblendet wurden Waren halt auf französisch Ja Ja Wo wir gerade bei Kinofilmen sind Demnächst kommt Star Wars ins Kino Da ist jetzt irgendwann Der spektakulärste Letzte Trailer erschienen Was ich ziemlich gut finde Weil das bedeutet ja Dass sie wenig spoilern wollen Denn wenn ich mich so Zurück erinnere An Episode 1 Da gab es glaube ich Zwölf Fernsehteaser Dann gab es noch irgendwie Sechs Storyteaser Und drei Trailer oder so Und das gibt es jetzt alles nicht Es gibt glaube ich Zwei Teaser Und diesen einen Trailer Und das war es Ich habe den Nur den allerersten Trailer oder Teaser gesehen Keine Ahnung Mit dem Wo der Stormtrooper Den Helm abnimmt Und mit dem Mädel da Was da durch die Wüste fliegt Den habe ich gesehen Und das war es Alles andere habe ich vermieden Ja na gut Aber wenn du jetzt ins Kino gehst Dann kann es ja durchaus passieren Dass du da einen Trailer Vorher zu sehen kriegst Ähm das kann sein Ist jetzt bei Suroma Es wurde ein Trailer von James Bond Gezeigt Das habe ich aber auch erst gemerkt Am Ende des Trailers Weil ich habe ihn Ich habe ihn nicht hingeguckt Weil ich habe halt Am Handy rumgespielt Weil war ja Werbungszeit Ähm Und dann kam halt Irgendwann die James Bond Musik Und der ganze Die ganze Sprache War halt alles auf Französisch Deswegen habe ich gar nicht gemerkt Dass das Bond ist Ah ok Verstehe Star Wars habe ich mir auch schon Das Ticket gekauft Mal gucken Ja ich habe Star Wars Noch kein Ticket gekauft Und werde jetzt auch Keins mehr kriegen Jetzt hat Angela mir offenbart Dass sie leider mit mir Den Film gar nicht sehen will Im Kino Und jetzt überlege ich auch Weil das kostet hier nämlich Wenigstens 15,40 Euro Für so ein Kinoticket Ob ich den überhaupt im Kino sehe Oder mir einfach für weniger Geld Oder ähnliches Geld Später dann kaufe Das musst du wissen Ich habe glaube ich Zwölf oder 13 Euro bezahlt Ja das ist ja noch Ein fairer Preis Aber so 15 Und ich habe halt so Wenn du am Wochenende gehst Dann kostet es halt auch mal 17 Euro oder so Und das ist schon Wahnsinnig viel Geld Für so ein Kinoticket finde ich Ja das stimmt Und man wird halt gezwungen Es in 3D zu sehen Was ich zu Hause eben auch nicht habe Ich gucke ja meine Filme Zu Hause immer über das Apple TV Und bin mit meinem Apple TV Eigentlich ganz zufrieden Und da ist jetzt eine neue Version Rausgekommen Genau Kannst du mir da was zu erzählen Ja sie ist schwarz Und doppelt so hoch Wie die alte Wow Und hat einen Anstoß weniger Also die haben jetzt Die aktuelle Version Vom Apple TV herausgebracht Das ist halt ein Neuer Prozessor Der A8 Ist da drin Oder A9 Also da ist quasi Ein iPhone 6 drin Okay Und unterstützt jetzt Irgendwelche Apps Die du dir halt Runterladen kannst Früher war es ja so Du hast ein Apple TV Angeschlossen Und dann hattest du ja Diese ganzen Kanäle Also der ganze Bildschirm War ja voll mit Irgendwelchen Sachen Ja Das ist jetzt nicht mehr so Du hast quasi nur noch Eine oder zwei Reihen An Icons Und alles andere Musst du dir halt Aus dem App Store Runterladen Ah Also auch so Sachen Wie Netflix Die halt früher Vorinstalliert waren Musste man sich jetzt Runterladen Finde ich voll gut Ehrlich gesagt Das anschließende Das war ganz lustig Also kommt halt In der Box Und Man muss ja halt Sein Apple Passwort eingeben Apple ID Passwort Und man muss sein WLAN Passwort eingeben Und den ganzen Kram Und da haben Haben sie sich das jetzt So ausgedacht Dass du halt Ihn anschließt Und dann sollst du Dein iPhone Da nah ran halten Und dann übernimmt Er die Daten Vom iPhone Wenn du das Da nah ran hältst Genau Also ich weiß jetzt nicht Ob das jetzt NFC ist Oder Muss ja Keine Ahnung Wahrscheinlich Oder Ja vielleicht Bluetooth Aber Ja Und das funktioniert Mehr oder weniger gut Also ich muss es zweimal Zweimal starten Beim ersten Mal hat er es Irgendwie nicht erkannt Aber beim zweiten Mal Ging es dann Ich war schon kurz davor Alles von Hand einzugeben Weil Das Problem ist ja halt so WLAN Passwort Und das ist bei mir Noch relativ einfach Aber Apple ID Passwort Ist halt schon sehr Sehr komplex Und das Ganze mit so einer Tastatur einzugeben Ist halt schon nervig Ja Musste ich aber tatsächlich Nachher trotzdem machen Also ich glaube Das Apple ID Passwort Wurde tatsächlich Gar nicht übernommen Das ist ja bedauerlich Ja Und vor allen Dingen Ich habe jetzt Drei Apple IDs Warum hast du drei Apple IDs Achso Einen französischen Amerikanischen Und eine deutsche Genau Ich habe die französische Ich habe mir tatsächlich Jetzt als angelegt Für diesen Apple TV Weil ich gehofft habe Dass der französische Pay TV Anbieter Auch eine App hat Und das wollte ich Musste ich halt Im App Store Nachgucken Und dafür brauchte ich Eine französische Apple ID Ja Verstehe Mal gucken Naja Auf jeden Fall Das Einrichten War halt ganz okay Nachdem es dann Einmal funktioniert hatte Die neue Die neue Fernbedienung Ist ein bisschen Nervig Würde ich sagen Also das ist halt Eine Fernbedienung Die alte hat ja So einen Ring Also so vier 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 Elemente Wo du in welche Richtung Du halt Den Cursor navigieren kannst Und Menü Und Play Pause Glaube ich Und die neue hat Halt eine Siri Taste Eine Home Taste Play Pause Noch irgendwas Keine Ahnung Und ein Touchpad Mit dem du navigierst Also du kannst so So swipen Nach links, rechts, oben und unten Du kannst das Touchpad runterdrücken Wie so ein Mausklick Oder OK-Klick Ja Und du kannst auch An den Seiten klicken Wie halt dann So eine Cursor-Taste Merkwürdig Das Ne Also das Prinzip Ist eigentlich super Warte mal Du kannst auch An den Seiten klicken Genau Ah Also dann hast du So ein Wie ein Steuerkreuz halt Okay Nur halt Dass es kein Steuerkreuz ist Das Problem Bei dieser Bei dieser Fernbedienung Ist halt Dass sie Komplett Symmetrisch ist Da hat halt Johnny Ive Sicher schön ausgelassen Und Schön symmetrisches Ding Designed Wenn man es aber Im Dunkeln in die Hand nimmt Weiß man nicht Wo oben und unten ist Ach so Du kannst es nicht Man kann es nicht mehr erfüllen Und ich habe die halt Sehr häufig Habe ich schon auf dem Nicht-Touch-Bereich rumgedrückt Weil ich halt weiter Pausieren wollte Oder irgendwas machen wollte Was halt aber nicht geht Da musste ich die jetzt Wieder einmal umdrehen Das ist alles ein bisschen Nervig Ja Ne ich meine Du kannst es natürlich Schon erfüllen Ist ja unten Stecker Stecker Eine Buchse drin Ja aber das macht man ja nicht Man fühlt ja nicht Das ganze Gerät ab Okay Die eine Seite ist auch ein bisschen Glatter als die andere Da kann man das auch erfüllen Aber das ist halt Liegt halt nicht so Gut in der Hand Und Die alte Die war halt auch sehr klein Und Lag jetzt auch nicht So gut in der Hand Zum Zum Dings Aber es war halt Um die kurz in die Hand zu nehmen Du konntest gleich Wusstest gleich wo oben ist Das war halt deutlich einfacher Ist die denn So groß wie die silberne auch Oder eher so groß wie die weiße vorher Ja Das ist eine gute Frage Ich könnte die jetzt Beide herholen Das würde da ein bisschen Alle drei herholen Das würde ein bisschen dauern Die ist ein bisschen breiter Als die silberne Von der Höhe her Sind die glaube ich Alle gleich ungefähr Die weiße war noch ein bisschen kleiner Die war ein bisschen dicker Und ein bisschen kürzer vor allem Ja Nee sie ist glaube ich größer Okay Und vor allen Dingen Die wird jetzt auch Zum Steuern von Spielen benutzt Kannst du denn Die quer halten Und da irgendwas drauf rumdrücken Also du kannst die quer halten Und dann ist da so ein Beschleunigungssensor drin Um halt Spiele zu spielen Zum Beispiel habe ich damit Asphalt gespielt Dieses Autorennspiel für iOS Aha Was jetzt auch auf dem Apple TV geht Und du kannst dann halt Mit der lenken So wie bei Mario Kart Wenn du die Video Fernbedienung Quer hältst Ich muss ja gestehen Ich lenke bei Mario Kart Immer mit dem Stick Ich lenke bei Mario Kart Immer mit dem Lenkrad Wenn ich mit Leuten zusammenspiele Wenn ich alleine spiele Immer mit dem Nunchuck Mit dem Stick ja Ja Ist halt präziser Egal Auf jeden Fall kannst du das Ding halt so Wie so ein Lenkrad Das ist halt sehr sehr klein dafür Aber geht so einigermaßen Okay Man kann dazu auch Sich einen externen Controller kaufen Um dann halt Spiele zu spielen Ja Aber das Die alle Spiele Die da drauf existieren Die müssen ja auch mit dieser Fernbedienung spielbar sein Genau Und was ich mir jetzt Absagen lassen ist Dass die Spiele aber Nicht die gleiche Steuerung haben Nicht alles was steuerbar ist Mit dem Controller Muss auch mit der Fernbedienung Steuer sein Zum Beispiel gibt es Rayman Jump'n'Run Wenn du das mit der Fernbedienung steuerst Dann hast du quasi So einen Autorunmodus Von Rayman Der läuft halt die ganze Zeit Und du musst nur springen Und wenn du den Controller anschließt Dann kannst du den quasi Selber laufen und anhalten Das ist kurios Ich habe gehört Dass dieses Apple TV Sich so ein bisschen merkwürdig In die iOS Welt einfügt Weil da manchmal Programme runtergeladen werden Die dann automatisiert Auch auf deine Telefone Und iPads kommen Und da aber gar nicht laufen Das ist mir noch nicht aufgefallen Also da scheint es auf jeden Fall Noch ein bisschen Bugfix Bedarf zu geben Hast du irgendwelche Größeren Bugs bemerkt? Ich meine das ist ja jetzt Quasi ein 1.0 Produkt Nein Ich habe mich jetzt auch noch Nicht so damit beschäftigt Okay Der größte Bug In meinem Haushalt hier Ist jetzt glaube ich Dass ich Xbox One Und PS4 habe Aber trotzdem Crossy Road Auf dem Apple TV spiele Weil es halt so schön einfach geht Du guckst halt Man guckt halt eine Serie Und statt dann nochmal Die Playstation anzumachen Um irgendein Spiel zu spielen Spielt man halt nochmal Eben 10 Minuten Irgendwelchen Schwachsinn Auf dem Apple TV Ja das ist Es scheint mir auch So eine Konsole zu sein Für eben diese Kurzspiele So wie sie ja auch Im iPhone und iPad Und so In rauen Mengen Vertreten sind Genau also auch so ein Super Mario So Wii Style Spiele würden Spaß Würden Sinn ergeben Also dass du mal so ein 1-2 Level Super Mario World spielst Und dann Lege ich es halt schlafen Also Ja Um nach einer Serie Oder vor einer Serie nochmal so ein bisschen was zu spielen Dafür ist es glaube ich echt gut Mhm Also es ersetzt aber Keine der großen Konsolen Für mich bis jetzt natürlich Ja Nee ich denke auch nicht Dass es kommen wird Dafür ist es einfach zu restriktiv Genau Aber so für Für Kleinkram ist es ganz lustig Wie ist denn die Benutzeroberfläche? Weil die vom Apple TV Ist mir jetzt gestern wieder aufgefallen Ist doch relativ lahm Ja Also vom 3er Apple TV jetzt Genau Sie sieht natürlich jetzt auch ein bisschen Modernisierter aus Also Ist eigentlich genau das gleiche Mit diesen Mit diesen Kacheln Oder mit diesen Icons Diesen rechteckigen TV-Kanälen Mhm Ähm Sieht ein bisschen Moderner aus Ja Also das andere Sieht ja schon Ein bisschen sehr nach iOS 6 aus Stimmt Und das Ganze sieht jetzt Ein bisschen moderner aus Also so ein bisschen Sie ist nicht ganz so flach Wie Wie Keine Ahnung Wie Windows Phone Aber Ähm Oder wie heißt es jetzt Windows Windows Metro-Kram Mhm Ähm Aber halt auch schon Deutlich flacher Als Als Also Moderner als Das ähm Alte Apple TV Äh Es ist Es wirkt schneller Es kann auch sein Dass die einfach ein paar Mehr Animationen Dazu gefügt haben Ähm Um es schneller wirken zu lassen Und dadurch den neuen Prozessor Es ist natürlich auch schneller Aber Ja klar Keine Ahnung Also ist ganz okay Okay Ich hab mich jetzt aber noch nicht so lange damit Beschäftigt Dass ich da jetzt viel zu sagen könnte Na gut Ich kann noch ein bisschen was zu meinem erzählen Ich hab ja Äh Wir hatten in Folge 120 Über Mad Max gesprochen Mhm Und das war glaube ich im Mai Und da kam gerade der Neue ins Kino Und jetzt hab ich aber den Neuen gesehen Den gibt's jetzt schon eine ganze Weile Ähm Auf meinem Apple TV Deswegen komm ich da grad drauf Und äh Fand den überraschend gut Also der hat äh Ziemlich witzige Ideen gehabt Und ähm Er erklärt zwar manche Dinge nicht Aber macht das eben Auf eine sympathische Weise So dass du Das einfach so hinnehmen kannst Ähm Und Ich fand den insgesamt ziemlich überraschend gut Wie gesagt Ähm Hast du den gesehen? Ja ich hab den damals im Kino gesehen Aha Glaube ich Also ja ich hab den gesehen Und ähm Mir hat der ganz gut gefallen Aber ich hab jetzt die alten auch nicht gesehen Okay ja die alten Die alten sind auch nett Äh Die haben natürlich Schwächen Und sie sind nicht so wahnsinnig gut gealtert Äh Und der erste ist natürlich auch ein ziemlicher Low Budget Film Aber äh Dafür sind sie halt alle relativ gut finde ich Aber dieser Film Äh Fury Road Ist um Längen besser Also der äh Der bockt die locker weg Das Witzige an diesem Film ist halt auch Dass die Action Sequenzen fast alle Aus echten Stunts bestehen Und nicht irgendwie computeranimiert sind Es gibt zum Beispiel so eine Szene Da haben die irgendwie so Stangen Und schwingen auf diesen Stangen Auf fahrenden Autos Hin und her Äh Um damit auf andere Autos zu gelangen Und diese Dieser Stangen Während des Fahrens Durch die Gegend schwingen Stunt Der wurde halt tatsächlich echt gemacht Weil die getestet haben Dass es geht Und dann haben sie es gemacht Und So ein bisschen wie so ein Stabhochspringer Da muss man sich das vorstellen Genau richtig Äh Und das Wenn man sich das alles mal vor Augen führt Wie Dass da eben kaum was computeranime dran ist Dann ist das schon ziemlich beeindruckend Was die da an Arbeit reingesteckt haben Und solche Actionfilme Und solche Actionfilme siehst du halt nur noch selten Ich meine Wenn du dir jetzt den neuesten Star Wars Film angucken wirst Da ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Echtes drin Das mag sein, ja Tja Also Fury Road kann man empfehlen Vor allen Dingen finde ich da die Preisgestaltung interessant Weil wenn ich mir jetzt so einen Star Wars Film kaufe bei iTunes Ähm Auch die alten noch Die kosten irgendwie 17 Euro Und diese hat zum Start 13 gekostet Das finde ich Äh Finde ich sehr fair Ja Ja Apropos Movie Ähm Dieses Wochenende war die BlizzCon Hast du davon gehört? Du hast mir gestern davon geschrieben Dass BlizzCon eine Veranstaltung ist Und du das guckst Aber mehr habe ich davon nicht gehört Okay Also Tatsächlich vorgestern Ja Ich habe Ich habe noch irgendeinen Trailer gesehen von dem Film Genau Da kommt jetzt nämlich ein Warcraft Movie raus Ähm Als sie mit World of Warcraft viel Erfolg hatten Da haben sie sich irgendwie überlegt Mensch das ist ja voll gut Da können wir doch mal einen Film draus machen Da haben sie da lange lange drüber nachgedacht Und jetzt Haben sie tatsächlich auch schon lange lange daran geplant Und jetzt gibt es den ersten Trailer Und der Film kommt nächsten Mai glaube ich raus Und Der spielt quasi zu Zeiten von Warcraft 1 Und Warcraft 1 ist echt ewig her Dass das erschienen ist Ich glaube jetzt 25 Jahre oder so Ähm Aber ich hatte das damals auf dem PC Ja genau Das ist halt so ein Echtzeitstrategiespiel Wo du noch nicht mal eine zweite Maustaste hast Ähm Um das zu spielen Und da in dieser Zeit spielt eben die Story Und das Ist Es sieht nach einem Nach einem Fantasy Actionfilm aus Die Story habe ich jetzt Äh Also aus dem Aus dem Trailer ist nicht viel Story zu entnehmen Also was ich daraus entnommen habe Ist dass die Orks Ähm Die Welt der Orks wird zerstört Und sie flüchten halt Durch das Portal Also jedenfalls So wie ich das ja aus Warcraft 1 In Erinnerung habe Ähm In die Welt der Menschen Und die Welt der In den Menschen Also das ist quasi auch Äh wie im Spiel Ja Und im Film ist es jetzt Dass ähm Die Menschen halt diskutieren Ob sie mit den Ähm Orks an der Allianz eingehen sollten Und einige sagen halt Das sind Das sind Bestien Die müssen wir zerstören Und ja Sowas halt Genau So typisch Es ist zwei Fraktionen Kommen aufeinander Und müssen gucken Wie sie miteinander auskommen Genau Setting Genau Äh Auf dieser BlizzCon Gab es natürlich auch noch Diverse andere News Zum Beispiel zu Diablo 3 Da kommt jetzt der Neue Patch 2.4 Ähm Das ist bestimmt witzig Für manche Leute Die da viel mitspielen Äh die haben ein bisschen Was geändert an den Saisons Die es bei Diablo gibt Ähm Da gibt es nämlich Jetzt Set Belohnungen für Dann gibt es Starcraft Ich hab Davon habe ich jetzt Kein Wort verstanden Von dem was du gesagt hast Manche unserer Hörer Vielleicht schon Deswegen habe ich das Ja auch kurz gefasst Ähm Starcraft 2 Kommt jetzt am Dienstag Glaube ich Die neue Erweiterung Legacy of the Void raus Äh wo viele Leute Sich tierisch drauf freuen Ich habe meine Collectors Editions Jetzt beide Abbestellt Storniert quasi Ähm Weil ich Mit dem Hype Äh nicht so mithalten kann Und mir denke Irgendwann werde ich es Schon noch spielen Aber das muss nicht Jetzt sein Dann kommt Äh Ein neues Hearthstone Äh Abenteuer raus Ähm Ähm Und zwar Der Dustin Browder Der da auf der Bühne stand Der ist ein ganz witziger Typ Der hat gesagt Ja Mensch Wir haben hier dieses Total tolle neue Abenteuer Und es kommt Äh Noch in diesem Jahr Also in diesem Jahr Der November ist ja jetzt Auch Teil dieses Jahres Es kommt noch im November So Und äh Ach komm Ich erzähl's euch noch Ein bisschen genauer Es kommt nächsten Donnerstag Und da haben natürlich Die Fans alle gefeiert Wie Wie es geht Ähm Ja Dann gibt's natürlich Die neue Erweiterung Von World of Warcraft Legion Ähm Die da geteasert wurde Da kannst du jetzt Irgendwie vorbestellen Es gibt eine neue Klasse Dämonenjäger Äh Auch alles ganz spannend Für Leute die das spielen Das ist tatsächlich Die erste Erweiterung Die mich nicht so wahnsinnig umhaut Und ich denke nicht Dass ich sie spielen werde Ähm Und Dann gab's zu Overwatch Was Neues Nämlich Das ist ja der Shooter Den Blizzard jetzt neu entwickelt Hast du davon gehört Ja hab ich davon gehört Das war halt so ein So ein Shooter Wo du verschiedene Klassen auch noch hast Also verschiedene Rassen Du hast halt Nicht nur Leute die schießen Du hast auch Schwertkämpfer Und alles durcheinander Irgendwie Genau Du hast Aktuell gibt's glaube ich 21 Helden Und die Helden Sind alle extrem unterschiedlich Also da gibt's halt Den dicken Gorilla Wissenschaftler Dann gibt's irgendwie Den Den Zwergenmechaniker Und es gibt hier Dieses goldene Flugwesen Und diesen Roboter Und so Und Da haben sie jetzt Rausgehauen Dass sie das Spiel Tatsächlich Nicht nur für PC Sondern auch Für die beiden Konsolen Xbox One Und PS4 Rausbringen werden Und dass das passieren wird Vor Ende Juni Nächstes Jahr Und da kann man jetzt Quasi auch die ersten Versionen Von Von Vorbestellen Und da gibt's dann auch Eine Collectors Edition Da ist glaube ich Eine Figur von Tracer dabei Die Die in dem gelben Gummianzug Und Das denke ich Ist eine Gute Geldanlage Liebe Hörer Also wenn ihr Geld Überhabt Ich schätze die wird Irgendwas bei 90 100 Euro kosten Dann investiert das Da rein Overwatch Collector's Edition Genau Also kann man noch Nicht vorbestellen Wenn ja Ich werde mir da Zwei von bestellen Eine Also erstmal Vorbestellen Und dann gucken Wie du das immer machst Auch mit deinen Diablo Genau Wie es sich eben lohnt Bei Blizzard Spielen Weil die einfach Nach kurzer Zeit Also nach Nach ein paar Jahren Sind die einfach Unbezahlbar teuer Ja Ja Und ich hab mir jetzt Aber gesagt Also das lohnt sich Vor allem bei den Erstspielen von Blizzard Deswegen Diablo 3 ja Die Erweiterung nicht Starcraft 2 ja Die Erweiterung eben nicht Und deswegen hab ich halt Auch die andere Wieder abbestellt Okay So Ja Das war der kurze Abriss Zu BlizzCon Ich hab ja die Collector's Edition Von Fallout 4 vorbestellt Ja Die hab ich auch vorbestellt Die kommt jetzt irgendwann Und ich hab die tatsächlich Zweimal vorbestellt Einmal für die PS4 Und einmal für die Xbox One Und ich weiß noch nicht Welche ich behalten soll Ah Okay Interessant Das musste ich mir noch Überlegen Hast du schon mal So ein Auspackvideo Von dem Pitboy gesehen Nein Habe ich nicht Das ist der Pitboy Ist ja irgendwie so ein Ding Was du dir Um den Arm schnallst Und dein Telefon da reinsteckst Und dann damit Sachen aus dem Spiel Sehen kannst Aber Also du brauchst Dieses Umschnallding glaube ich Auch gar nicht Du kannst auch nur Das Telefon nehmen Richtig Aber es ist eben Wahnsinnig Also ein Riesenklobiges Ding Du musst dir vorstellen So einen Brotkasten Den du dir um deinen Arm Rum schnallst Und da ist dann Ein winziger Bildschirm drin Ja Ich habe ja tatsächlich Auch Fallout Noch nicht gespielt Ich weiß es nicht Naja Naja Was soll's Ähm Ja Du hast noch andere Spiele Gespielt ne Wir könnten da noch drüber reden Wir könnten aber auch Schluss machen Weil die halbe Stunde Für diese Woche Die haben wir auch Ähm Okay Dann machen wir Schluss Für diese Woche Das ist Trifft sich sehr gut Weil ich bin nämlich gleich Zum Sportverfahren Verabredet Ich mache jetzt so ein So ein So ein Cross Training Kennst du das? Äh Man läuft durch den Wald Ne Ne Ähm Oder wie heißt das? Cycle Cross Also Machst halt Keine Ahnung Liegestütze Und dann machst du Sit-Ups Und dann Läufst du Treppe hoch Und dann Machst du Seilspringen Und so Kram halt Dann verschiedene Sets Da habe ich jetzt Ein paar Leute hier kennengelernt Die das immer machen Und die haben mich gehört Euch mitmachen Und da mache ich jetzt mit Das ist ganz lustig Ja cool Also nächste Woche reden wir über Spiele Ich kann schon mal ein bisschen teasern Es geht um Nintendo Spiele Okay Und Batman Und Batman Alles klar Ja prima Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sporttag Und eine schöne Woche Und euch lieben Hörer natürlich auch Dankeschön gleichfalls Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss